Junge, was ein Barsch! Flussbarsche sind extrem schöne Fische und ich träum schon lang davon, einen richtig großen zu fangen. Heute wollte ich mein Glück mal mit einem Blutwurm versuchen und schauen, ob da was beißt. Ich wollte es mir gerade gemütlich machen, als der erste aufgetaucht ist. Ich dachte mir noch, vielleicht täuscht die Entfernung, aber das Ding ist irgendwie riesig. Er hat direkt angebissen und ich konnte ihn ziemlich schnell reinholen. Umso näher er kam, umso mehr dachte ich mir, so einen Barsch habe ich noch nie gesehen. Ich habe ihn an Land gezogen und es war einfach ein 50 cm Barsch und mein erster Diamant.